Flossigen Applaus für... Einen ab! Einen... Hier mache ich Beine, du Hurensohn, und ihr seht zu, dass ihr weiterkommen. Verpisst euch, ihr Vögel. Spüren Sie's, Mr. Crash? Spüren Sie's, Mr. Crash? Spüren Sie's, Mr. Crash? Kann ich bitte das Krabbenburger-Menü haben? Nur so... Doppelten Krabbenburger? Auch nicht. Vielleicht ein Tripleburger mit Käse? Also, ich glaube, von denen haben sie schon viel zu viel verputzt. Ich hab den ganzen Tag mit dir verbracht und unglaublichen Unsinn veranstaltet, weil du explodieren solltest! Du willst, dass ich explodiere? Ja, darauf warte ich schon die ganze Zeit! Ähm... Okay, ich versuch's. Ja. Wann gibt's denn was, Jason? Ja, egal! Versucht mir, nachzuspielen! Die Blechbläser, bitte! ANNDE, EIN, 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 EIN! Herr, es ist soweit, starten Sie Ihre Motoren, ich hebe jetzt ab. Oh ja, tja, ich hebe ab, 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 was denn? Ich will dir nur sagen... Und wenn ich dich noch einmal hier beim Wichsen erwische, schneide ich dir die Nüsse ab. Aber, 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 aber!